Ein schlafendes und zufriedenes Baby. Für alle Eltern wohl einer der schönsten Momente im Alltag. Dafür braucht es Geborgenheit, Geduld und viel Liebe. Die Liebe, die Eltern ihrem Baby Tag und Nacht schenken, steckt auch in unseren Produkten. Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit 50-jähriger Erfahrung, das auf Produkte rund um den gesunden Schlaf von Babys und Kindern spezialisiert ist. Zufriedene Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere Kompetenz rund um erholsamen und gesunden Babyschlaf. Wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst und legen höchste Sorgfalt auf die Entwicklung und Herstellung unserer Baby- und Kindermatratzen. In den ersten Lebensmonaten schlafen Babys durchschnittlich 16 bis 18 Stunden pro Tag. Deshalb ist es besonders wichtig, auf die Qualität der Babymatratze und der Textilien zu achten. Professionelle Handarbeit und modernste Produktionsanlagen gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. In unsere Entwicklungen fließen neueste Erkenntnisse aus der Schlafforschung ein. Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählen die Materialien sorgfältig aus und verarbeiten sie mit Liebe zum Detail. Wir bei Träumland entwickeln die Produkte als Fernseher für unsere eigenen Kinder. Wir möchten unseren Kindern eine schöne und saubere Welt hinterlassen und denken daher bei allen Investitionen schon heute an morgen. Mehr als 50 kleine und große Nachhaltigkeitsprojekte haben wir schon umgesetzt. Träumland ist ein Garant für den ruhigen und gesunden Schlaf ihres Babys. Wir sorgen dafür, dass es sich von Anfang an in eine schöne Zukunft hineinträumen kann.